AHHHHH! Nein, nein! Alter! Der Spinnennetz war diesmal weg? Ja, ich hab's gar nicht gemerkt, wann es vorbei ging. Vor allem war das Spinnennetz und... AHHHHH! Ach, der Taste also. AHHHHH! Nein! Hä? What the fuck? Und jetzt? Nein! Ach! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Ach so! Ja, 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 okay, ich versteh, ich versteh. Alter, das ist so ruhig, er wiederholt sich diesmal nicht. Oh, ratet übrigens mal, wie oft ich gestorben bin. 100 Mal! Vergesst es. Ach ja, 80 Mal bin ich gestorben. Okay, jetzt überdrehen, ich war ein paar Mal noch gestorben. Ob, interessiert euch wahrscheinlich gar nicht. Ach nee, noch ein bisschen. AHHHHH! Ach du Scheiße! Ich hab Panik! Ich hab Panik! Panik! Panik, Panik! Ich hab Panik! Ich hab Panik! Spinnen. Sorry. Oh, Gott. Spinnen sind so eng. Halt die Klappe. Oh, Gott. Ich kurz raus. Wahrscheinlich habt ihr euch wahrscheinlich jetzt... Ich schäme mich ein bisschen. Aber ich habe so Panikangst vor einem Riesenspin. Es gibt keine Riesenspin. Diese Beine. Ich hasse Spinnen. Wer hasst noch alle Spinnen? Schreibt es in den Kommentar oder was hasst ihr am meisten? Schreibt es mal hin. Interessiert mich. Happy Birthday. Yeah. What? Oh. Oh. Fortunately, the king told him about a dragon that came in order to win the princesses hand and stop being so embarrassed. so fred marched off to the mountain top of the dragon singing a brave song very quite after a few days the princess got to wondering why i kept trying to give her away that too but she was worried about fred so she went off to find it man wenigstens keine spinnen hintergrund ganz ehrlich nicht schön was cold and the wind out there were rocks slides and fiery chasm but she was very brave and nimble alter she wasn't going to be put off by a few nö ich habe mich voll erschrocken ich hasse sowas so überraschungsmomente hasse ich meistens zwar nicht aber hier ist scheiße ich habe Angst das Wasser zu berühren ach ich darf es nicht berühren okay oh god ich hasse sowas ich habe mich schon wieder erschrocken ich will nicht noch mehr wo ist der dritte? ach da ist er alter und fred stirbt nicht das ist doch voll cheating warum stirbt der nicht? ich hasse das... guck mal das ist doch total unlogisch nur Didi guckt sich das alles an ich mache es nie wieder ganz ehrlich und red stirbt nicht das ist voll cheating Ah! Ah! Nochmal! Der schneidet oben das Seil ab. Fred! Aber der Drache kann es doch nicht alleine aufnehmen. Endlich! Süß! Echt süß! Toll gemacht! Aber echt scheißnervig! Yay! Yay, Dawn! Du hast es geschafft! Danke! Dawn kann es halt. Diese Klamotten sind so schön. Selbst ist die Frau. Ja. Akte 2. Der Stopp. Geht zum Zirkuszelt. Ja? Gerne. Ich habe es hier voll süß gemacht. Und es haben nur Schattenleute gebaut. Da wird er verprügelt. Schattenzelte. Zirkuszelt. Ah! Da war die Treppe. Ja! Sind die eigentlich nur Leute. Das sind die und ich die Einzigen. Ganz ehrlich! Ja! 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 Es ist alles da. Du musst mit deinem Spiel? Meine Arten sind sehr delicaten. Und ich mag niemanden in meiner Arbeit. Ich werde den Publikum, Mister Fenris, und ich werde... ...amazement. Mister Fenris... Warum sind Sie den Kursen? Ich weiß, wer Ihre Investorinnen ist. Ich versuchte meine Wälder und Frau. Ich wollte meine Arbeit nicht. Aber wenn ich in die Hölle für Sie... ... die Jäsen werden Sie untertiten. Aber Didi! Lass es doch! Vincenzo! Ich dachte er ist gemein! Ok, ja er ist gemein, aber... Ach! Wir sehen einfach was passiert! Was passiert denn eigentlich jetzt? Anlade, bitteschön! Live Show! Akt 3! Ein Auge zudrücken! Wo bist du denn Didi? Ach, da bist du! Jetzt das war's also! Schön! Toll! Tschüss Mond! Und... Folge Didi! Gerne! Nein! Nein, Didi ist glaub ich ernsthaft nicht, dass er es macht! Ich dachte du weißt es nicht! Und das ist die Bühne! Wow, der ist echt schön! Oh! Super! Danke! Wie süß! Danke! Es gibt extrem tolle Bilder von Don und Didi finde ich! Ich habe mein Internet nach Don geguckt! Und das waren so geile Bilder! Von denen gemalt! Echt toll! Was sie gemacht haben! Ich bin einfach so schön! Okay! Genug geredet! Das ist es also! Oh! Ach nein! Das ist noch ein Rätsel aus! Betritt... den... Was? Nein! Ich muss noch Schugeln sammeln! Da oben! Was denn ist eine Waffe? Oh! Okay! Noch mal! Schön! Oh, eine Leichtkugel! Yay! Eine von vier Leichtkugeln! Wir brauchen zwei! Okay! Oh, da! Schön ist ja einfach Leichtkugeln rumliegen! Wunderschön! Ich dachte ich sammle so viele ein, aber... Erleuchtet! Ich bin erleuchtet worden! So! Ich hoffe wir brauchen nicht mehr! Da ist noch einer! Also wir legen wirklich genügend rum, falls man welche braucht! Das ist sehr gut! So! Noch einen! Der ist da oben! Aber... Kein Bock! Ne! Leck mich! Ich hab keinen Bock mehr! So! Okay! Oh! Eine Kugel! Eine Kugel! Die müsste wohin? Muss die Kugel hier irgendwo rein? Oh Gott! Oh Gott! Heute ist das mal kompliziert! So! Gehen wir als erstes mal umgucken! Also! Was ist jetzt hier das? Ah! Okay! Wir müssen wohin? Da hoch, oder? Dann müsste es doch gehen! So! Lass uns mal gucken! Obwohl... Die Schatten ist so rund! Das geht nicht! Das geht nicht! So!